Room Price Genie Kleinen Hotels mangelt es oft an Zeit oder Wissen, ein effizientes Revenue Management zu betreiben. Room Price Genie greift dieses Problem auf und ermöglicht eine bessere Rentabilität durch optimale Preisgestaltung. Fast stündliche Preisveränderungen, je nachdem wie sich die Marktlage ändert und was im eigenen Hotel passiert. Und damit schaffen wir es relativ schnell, für Hotels 10-15% mehr Umsatz zu erzielen. Der Vater von meinem Mitgründer Ari hat ein Hotel im Süden von England. Hatte genau das Problem gehabt, dass er gesehen hat, große Hotels sind viel besser in der Preissetzung und in der dynamischen Gestaltung der Preise. Wir haben gesagt, Technologie kann dieses Problem auch für ihn lösen und haben deswegen Room Price Genie entwickelt. Also bei dir im Hotel ist jetzt der Mai ganz spannend. Du siehst, du hast ein paar Tage, da bist du schon unheimlich gut gebucht. 80-90% Untergrund, wenn du drauf drückst, siehst, Eishockey WM, Preise gehen nach oben, das System hat es erkannt und du verlangst auch mehr. Für mich ist die Software sehr hilfreich, da sie 365 Tage in die Zukunft schaut. Das schaffe ich in meinem täglichen Ablauf nicht. Von daher ist sie eine große Unterstützung und eine Arbeitserleichterung. Für uns sind die schönsten Momente immer, wenn Kunden uns anrufen und uns sagen, wie wir ihren Arbeitsalltag oder ihr Leben verändert haben. Das geht von, der Kunde konnte sich endlich die Renovierung für sein Hotel leisten, bis zu er hat seine Hotelkette erweitert. Aber auch Anrufe wie, ich habe jetzt endlich mehr Zeit für meine Familie und für meine Kinder, weil ich nicht mehr den ganzen Tag an der Preisgestaltung sitze. Die machen uns unheimlich glücklich und geben für uns die größte Motivation ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017